so freunde eine sache wollten wir noch machen thema modliste ja es ist eigentlich erst mal wie hier wahnsinnig viele sachen uralte haben auch noch drin liegen die ich oftmals gar nicht so benutze aber so ein bisschen drin habe und wo man auch aufpassen muss dass man hier die über den überblick nicht verliert und wo ich dann halt immer mit td das versehen habe tom diesel halt hier zum beispiel vom volley gibt es das interior addon was ich finde ganz hervorragend ist und da habe ich halt so ein bisschen da habe ich bloß ein paar farben geändert ein paar skins also nichts besonders dass es wie so eine art upgrade zu ihm deswegen installiere ich auch beide zuerst seins dann dazu meinen mein upgrade und wenn das dann tom diesel privat das wird auch niemals rausgegeben so was weil ihr wisst thema modding habe ich meine ganz eigene meinung dazu steckt viel zeit drin von den kollegen die das machen und deswegen würde ich sowas nie rausgeben aber ich möchte natürlich so ein bisschen meine eigenen skins drin haben und dann ist gut ja ganz oben jetzt hier der economy mod reloaded nennt sich der den ich nutze den findet ihr müsst ihr mal gucken ich glaube das ist ein mod den findet ihr auch bei hier beim workshop beim steam workshop das ist jetzt die version habe ich jetzt für mich ein bisschen abgeändert ich muss aber bei den mitarbeitern noch mal ran also ja da muss ja ein bisschen was dran tun ansonsten wie viel preises das ist auch ein workshop mod unverändert aktuelle tages nachtzeiten unverändert von lamandus dann haben wir ein realistic short sound wenn refueling ja ist okay ich habe ja meine eigenen sounds dazu aber kann man nutzen auf jeden fall es ist so von von den schraubgeräuschen so ganz gut umgesetzt ich hatte vor fünf jahren schon gemacht und der mod ist jetzt weiß ich nicht wie alt also schön aber dass solche sachen die als spiel reinfinden dann habe ich mal ganz persönlichen trends art upgrade der baut auf verschiedenen mods auf oder erweitert die dann noch das sind hauptsächlich skins die sich dazu fügen oder wimpel und und so weiter und so fort da wird es auch noch mal ein kleines upgrade geben aber halt naja werdet ihr dann schon sehen dann sound fixes nutze ich sehr gerne nach wie vor von drive safely hier das ist in der version 2388 mittlerweile ist echt heftig also ich habe dann damals noch mit einer 2 punkt irgendwas angefangen tomtom voices pack ob ich die jetzt benutze kann ich euch gar nicht sagen ich glaube gar nicht weil ich nutze momentan ich habe das tomtom heißt tomtom installiert da vorne drinnen dann haben wir noch meine tom diesel edition auch wieder wie gesagt privat oder für allerbeste gute freunde weil da muss ich echt sicher sein dass keiner das raus gibt hat was damit zu tun dass ich meine inhalte schützen möchte die ich nicht raus geben möchte auf der anderen seite auch etwas zu tun damit dass ich dem modder achte also ein sizzle der sehr früh angefangen hatte damit auch das mal zusammenzufassen ja glaube ich mittlerweile auch bei scs arbeitet dann haben wir ein kögel auflieger den ich ja momentan auch gar nicht nutze weil ja ich fahre eigentlich meistens mit den krone aufliegern rum ehrlich gesagt dann den bohrmann led marker lights pack von obelino dann haben wir hier bis also bisschen was hat zum thema lämpchen lichterchen und so weiter die cap cats hatte ich mir übrigens hier die oben drin liegen auch mal angeschaut aber mir so eine katze aufs armaturenbrett zu setzen würde ich in der realität nie machen manche machen es ich glaube mit einem gewissen augenzwinkern auch dass sie da so eine katze vorne drauf haben ich mache das nicht aber auf jeden fall richtige richtung der mod der geht auf jeden fall in die richtige richtung mit den bewegungsanimationen auch von den tierchen und so weiter wenn es eine rosi animation gebe hinten auf dem bett dass da so eine katze sich immer mal putzen würde und so wäre schon ganz gut dann natürlich hier sizzles mega pack hier noch ist eine lobby edition das ist auch schon so lange her dass wir das ding hier geändert hatten so ein paar hin hin zu eigenen sachen ja ich kann euch gar nicht mehr sagen was da so genau jetzt geändert wurde aber das ist auf jeden fall ist es auch ein upgrade eigentlich könnte ich den mal ein bisschen weiter zusammen hier runter machen okay oder nee wir machen die mal über die lämpchen ich habe mir schon sicherlich was dabei gedacht und das trends hat abgibt das muss oben über allem sein das ist immer wichtig bei mir weil das baut auf verschiedenen anderen auf ja dann hier das übliche diese small lights lollipops dann hier dieses trend skyload geschichten mit den tollen led scheinwerfern hier also ja dass ihr kennt es dieses mega pack hauptsache ist relativ weit unten dann haben wir hier ein mp3 farbe mit auflieger dazu und der dotek lkw plus halt was man hier sehen kann auch die gestaltung des lampenkastens hier oben des schildes und so weiter und so fort dann haben wir die die tische hier da hatte ich auch mal so eine eigene version gebastelt nutze ich gar nicht glaube ich weil mp3 passen sie nicht rein und ich glaube ich nutze beim beim man auch meine version also quatsch eine normale version vom vom glover dann haben wir hier real company trailer das ist das was ich so ein bisschen nutze das da ein bisschen variation noch mal rein kommt hier das nutzen kannst dann hier dass man halt das nur im verkehr hat dann haben wir also hier was ich gleich gerade erklärt hatte vom volley halt dem mod meint oben drüber weil der ist ganz leicht hier dieser mod von mir da sind einfach nur ein paar skins geändert den rest habe ich komplett rausgeschmissen dass wenn der volley hat eine abgedatete version raus bringt dass ich dann nicht zu viel eingreifen muss sondern im grunde genommen sich die skins oben drauf setze fertig also wirklich keine raketen wissenschaft von meiner seite aus und dann haben wir natürlich hier den new route advisor ich hatte früher mal meinen eigenen aber ich habe nicht mehr die zeit dafür das immer alles anzupassen es ist wirklich so also ich würde es gerne machen aber ich bringe jetzt hier momentan für ets in der woche genau ein bis zwei stunden auf mehr schaffe ich einfach nicht ihr werdet schon irgendwann mal sehen warum wieso weshalb aber das ist jetzt ist noch meine sache ich sag's dann wenn es soweit ist hier unten kommen schon die gesichter ich sehe schon das ist vom lauri dann haben wir hier realistik wie heikel mod bei freaking auch hier aus dem steam workshop ja ist ein bisschen schicker wenn man so will ich finde scs macht das mittlerweile auch so gut dass man eigentlich dahin kommt und immer weniger mods braucht weil die modder das wenn dann eher schlechter hinkriegen so dann haben wir hier den french company louton vans uralte geschichte er aktualisiert ist hier immer ein bisschen ich lasse es drin gibt halt noch mal ein bisschen mehr er nutzt ja die scs maschinen hier bringt also keine neuen rein was ja der jesse cat immer macht und das sind dann ladezeiten ohne ende das merkt auch wenn ein jesse cat mod installiert die sind brutal von der größe her und das muss er alles mit rein laden dann und deswegen zack irgendwann ist der speicher das bisschen was wir halt mit den ets oder ats nutzen können ist ja einfach voll und dann kommt es zu nachlade rucklern wenn du da noch eine pro mods drauf hast dann gute nacht ich will damit sich die promos nicht schlecht machen aber wenn der promos fahrt schmeißt den ganzen traffic graffel raus lasst die promos arbeiten dann habt ihr wenigstens eine schicke karte gerade skandinavien hoch wenn ich ist die in polen ist die gold wert interior lights and emblems hier auch von braki auch schon eine alte geschichte habe ich schon vor vielen jahren genutzt da hatte ich auch mal ein eigenes upgrade dazu geschrieben da muss ich mal gucken wo das ist habe ich gar nicht drauf könnte ich mal gucken dann hier mercedes benz aktros in der lobby edition ich beobachte dich schon eine ganze weile du bist faul laubi hat so eine ganz eigene art von humor ich liebe es und ja der hat mir halt immer oft geholfen ich persönlich nennen ihn werdet ihr auch gleich sehen für mich ein laubenmeister und ja dann haben wir hier mercedes benz aktros mp3 improved dashboard vom nightrider bei steam workshop dann haben wir noch mal was haben wir denn hier steering wie ist das hier oben zugehör in der tom diesel version da hat er mir also auch ein bisschen was gemacht ich kann zwar auch selber mit dem ding arbeiten ich habe sogar das namen vergessen ich habe es nicht mal mehr installiert auf der maschine sag gleich mal gerade beim volvo und beim auflieger hatte ich damals sehr sehr viel gemacht ich komme gerade nicht drauf zum 3d modellieren und einpassen der teile in dem mod also nicht nur um skinning so ein bisschen sondern halt richtig auch veränderungen in der basis weil gerade beim beim rotkäppchen dem volvo hatte ich da viel viel gelernt aber das muss hier erstmal wieder alles rekapitulieren deswegen kommt der volvo jetzt auch erstmal nicht und glaube laubi hat sich da mal eine zeit lang drangesetzt ich muss es aber auch von der story reinbringen können und da müsste ich die story viel viel dichter enger gestalten und da habe ich momentan einfach nicht die zeit dafür dann haben wir hier den stone guard für den mp3 das ist auch so ein bisschen eine eigene geschichte vom hat erlauben meister mir also ich auch bei meinen eigenen privaten sachen die ich niemals rausgeben würde ist mir immer wichtig zu wissen wer hat es gemacht dann haben wir die side skirts in der tom diesel edition hier die kommen by the way auch vom laubi dann haben wir hier mercedes benz aktros mp3 noch mal meine eigene version von er vom gesamten mp3 dann natürlich in der basis immer wenn er doch mal updates durchführt dass das alles immer zusammenpasst vom dotek die basisversion dann hier die was sind das hier exterior tuning back von belka das nutze ich glaube ich gar nicht so richtig das kann ich mal rausschmeißen muss ich aber erst abstimmen nicht dass es mir dann irgendwie spiel verhagelt und meistens fehlt mir dann die zeit und die aufmerksamkeit hier ja das ansprechend alles abzustimmen hier haben wir noch eine belka accessory bc interior exterior ok also innen und außen halt die lämpchen dann mercedes benz new aktors vom dotek halt ja also das ist ein sehr feiner sanfter eingriff von ihm kann man das glaube ich so am besten ausdrücken in den mp4 nicht in den mp5 den gibt es ja glaube ich leider noch gar nicht im spiel das schade außer jetzt glaube ich so eine edition von eine private von modern ja ich brauche ihn aktuell nicht deswegen habe ich noch nie installiert wer weiß dann haben wir jetzt scs tuning pack das ist auch eine steam workshop geschichte von sgd sg3sign würde ich jetzt vielleicht lesen oder sc3sign whatever next pack generation scania pgrs das hatte ich damals eigentlich hauptsächlich für rigo installiert damit ich als sein scania fahren kann der erfährt den am liebsten scania hier mit diesem modpack animated steering wheels ich glaube beim beim glover greift es gar nicht rein und beim dotek ist es glaube ich auch noch nicht aktiviert das ist eine version auch aus dem steam workshop kann man reingucken und wurde das ding denn hier am da steht der steuer nach 13. august ja das war schon eine weile her das ist mal drinnen denn man euro 6 engine sound für die d26 motoren ja vom kriechbaum ich ziehe den vor ich habe dann auch den anderen diesen pay sound habe ich auch aber hat mich nicht überzeugt kann bei euch schon wieder ganz anders sein dann haben wir hier alles zum thema glover kevin toys dann haben wir hier die hrs schoch für einen glover mntgx und dann haben wir hier noch den glover den da habe ich mich selber mal drangesetzt ein paar sachen ein bisschen anders gemacht und habe den dann ein bisschen umgeschrieben habe auch die credits bei ihm gelassen nur halt für mich halt dann hier reingesetzt das ist meine version wie gesagt gibt es auch nicht irgendwo zum download sondern bleibt auch immer bei mir so und dann haben wir hier noch die ja den ersatz diese riesigen blinke schildchen und das finde ich halt furchtbar shuri kv 43 ras kann man also spekulieren wo der modder herkommt und meine garage halt noch mal von der trans art und hier sieht das halt ich bin großer fan von john ruder ich habe glaube ich alle seine mods die nicht alle installiert jetzt hier aber ich habe alle von ihm im grunde genommen der wird sicherlich auch irgendwann mal nicht story reinkommen momentan hatte ich noch keine verwendung dafür aber ein torpedo möchte ich irgendwann auch noch mal fahren und aber halt auch nicht ständig irgendwelche lkw wechseln ihr wisst bescheid ja das war es eigentlich schon schön dank für eure aufmerksamkeit hat auch schon wieder 15 minuten gekostet vielleicht mache ich auch ein eigenes mod video draus muss mal gucken ich glaube ich setze es extra und baller das sind heute auch noch aus dann machen wir mal bildschirmfoto oder man immer vielleicht was anderes hier und dann wird das halt dieses dings ja dann müsste auch bescheid dann schönen dank für eure aufmerksamkeit bitteschön dass ich euch das präsentiert habe war eigentlich ehrlich gesagt nicht meine absicht weil ist wirklich nichts besonderes dabei aber vielleicht hilft sie auch den einen oder anderen promos ist nicht dabei aktuell überhaupt was map updates würde ich eher auf die vom mic warten dieser sanfte eingriff in die vanilla map die sie da machen und die euro net map ja da warte ich mal so ein bisschen drauf weil ich habe momentan mit der vanilla map im neuen profil so viel zu erfahren und und auch drüben dass sich die promos einfach nicht lohnt im moment und ja deswegen lasse ich es auch erst mal raus ja an dieser stelle däumchen werden träumchen wir sehen uns im nächsten video bis dahin euer tom